SpaceX kurz vor drittem und voraussichtlich letztem Testflug des Starships vor Indienststellung. Japan gelingt erster erfolgreicher Start seiner neuen H3-Rakete. SpaceX startet drei Falcon 9 in unter 24 Stunden, unter anderem den voraussichtlich ersten erfolgreichen kommerziellen Mondlander Odysseus. Der hat mittlerweile die erste Flüssig-Methan-Triebwerkszündung im All absolviert und erfreut sich bester Gesundheit für eine geplante Mondlandung am kommenden Donnerstag. 100 Starlink-Satelliten werden voraussichtlich kontrolliert abstürzen. SpaceX verlegt seinen Firmensitz von Delaware nach Texas. Blue Origin stellt die New Glenn-Rakete auf das Startpad. Die erste kommerzielle Mission zur Weltraumproduktion darf doch zur Erde zurückkehren. Indien entwickelt Mars-Helikopter und ESA-Astronaut Matthias Maurer äußert sich kritisch zur Zukunft der europäischen Raumfahrt. Das und noch mehr schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Sinkreich Starter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. SpaceX bereitet sich auf den dritten Flug seines Starships vor und hat kürzlich eine vollständig zusammengesetzte Starship-Rakete aus Booster und Oberstufe auf den Starttisch gestellt. Elon Musk hat mit drei Wochen dazu einen vorläufigen Startzeitraum für Anfang März bekannt gegeben. Reine Spekulation, aber vermutlich wird es dann eher Mitte März. Ja, die Starship-Oberstufe 28 wurde bereits zweimal schon auf den Booster gesetzt jetzt in der Woche, was auf Schwierigkeiten beim ersten Stack hindeutet. Das Problem könnte an der Befestigung auf dem Hot-Staging-Ring oder an den Verbindungen mit dem Quick-Disconnect-Arm liegen. Da ein teilweise Betankungstest durchgeführt wurde, sind wohl die Schwierigkeiten beim ersten Stacking überwunden. Auch wenn potenziell eine komplette startähnliche Prüfung bis auf das Zünden der Triebwerke denkbar gewesen wäre, also eine Wet-Rest-Rehearsal, wurde das Betanken frühzeitig abgebrochen. Das erwartet uns also noch der komplette Test der Rakete bis zum Zünden der Triebwerke. SpaceX hat angekündigt, etwa 100 seiner frühen Version 1 Starlink-Satelliten kontrolliert aus dem Orbit zu nehmen. Grund ist die Sorge, die könnten ausfallen zukünftig und dann nicht mehr manövrierfähig sein. Trotz der Tatsache, dass die Satelliten eigentlich noch funktionsfähig sind und auch noch Bandbreite liefern, hat SpaceX ein gemeinsames Problem bei diesen Satelliten identifiziert, welches das Ausfallrisiko erhöhen könnte. Die betroffenen Satelliten sollen ihre Bahn innerhalb der nächsten sechs Monate schrittweise senken und sie sollen dabei manövrierfähig bleiben und auch aktiv Kollisionen vermeiden können. Laut SpaceX wird das Außer-Dienststellen keinen Einfluss auf die Internet-Dienstleistung des Unternehmens Starlink haben. Was ich da interessant finde, ist eine Aussage zur Produktionskapazität von Starlink. Bis zu 55 Satelliten kann das Unternehmen laut eigenen Angaben pro Woche bauen und mehr als 200 Satelliten pro Monat starten. Da fallen die 100 Satelliten wahrscheinlich nicht sonderlich ins Gewicht. Gleichzeitig kann SpaceX bei dieser hohen Produktionsrate natürlich agil sein System kontinuierlich verbessern und widerstandsfähiger machen. Das ist im Old Space mit Jahren an Vorlaufzeit und Jahren an Produktionszeit von so Satelliten natürlich schwieriger. Will ich nicht unter den Teppich kehren, Weltraumschrott ist ein riesen Problem. Ich merke aber auch immer wieder, wie uninformiert wir in Deutschland dazu diskutieren. Ja, SpaceX betreibt derzeit knapp 5500 Starlink-Satelliten in der Umlaufbahn. Das ist die mit Abstand größte Satellitenflotte, die je gestartet wurde und dementsprechend sehr plakativ als Problem zu highlighten. SpaceX plant bei den Starlink-Satelliten mit einer Lebensdauer von fünf Jahren und einem kontrollierten Verglühen in der Erdatmosphäre. Bisher war die gängige Lebensdauer von Satelliten etwa 25 Jahre, wobei ein kontrollierter Absturz erst in den letzten Jahren in Europa überhaupt diskutiert wird. De facto ist Europa nämlich aktuell mit, ja, zum Beispiel ausgebrannten Raketenstufen und hochfliegenden Satelliten für deutlich mehr langanhaltenden Weltraumschrott und vor allem unkontrollierten Weltraumschrott verantwortlich als zum Beispiel SpaceX. Das Problem ist, wie bei so vielen Dingen, komplex. Interessantes Gedankenexperiment von Ken auf X. Wie billig muss ein Starship-Start eigentlich werden, damit er sich für SpaceX intern lohnt? Immerhin ist die Falcon 9 und ihre Infrastruktur extrem effizient. Viele Annahmen von Ken sind in Ermangelung an belastbarer Daten bloß Schätzung. Aber ich denke, so weit nebendran sind seine Überlegungen nicht. Und der Zielpreis für Starship-Start, das sind ja offizielle Zahlen von SpaceX, die sollen ja mal im einstelligen Millionenbereich liegen pro Start. Man kann ja von ihm halten, was man will, aber Hut ab vor den Leistungen der Firmen von Elon Musk. Trotzdem gibt es immer mal wieder kurzfristige Entscheidungen, die vielleicht dann doch in die Kategorie beleidigte Leberwurst gehören. SpaceX hat jetzt seinen Firmensitz von Delaware nach Texas verlegt. Dem vorausgegangen war die Entscheidung eines Gerichts in Delaware, die Elon Musk das Recht auf ein Tesla-Vergütungsprogramm abgesprochen hatte. Den Firmensitz auf strategischen oder wirtschaftlichen Interessen zu verlegen, das machen viele Firmen. Die beleidigte Leberwurst, die sehe ich da im Nachtreten. Elon Musk schreibt an seine knapp 173 Millionen X-Follower. Wenn euer Unternehmen noch in Delaware eingetragen ist, empfehle ich euch, sobald wie möglich in einen anderen Bundesstaat umzuziehen. Kann man schreiben, muss man aber nicht. Die Woche waren zeitgleich vier Raketen auf allen vier SpaceX-Startrampen zu bewundern. Bis auf das Starship sind auch alle Raketen erfolgreich gestartet und das in weniger als 24 Stunden. Kleiner obligatorischer Seitenhieb, das sind so viele Orbitalraketen-Staats, wie ganz Europa 2023 hatte. Und das bringt uns zu den Starts der vergangenen Woche. Los ging es am Mittwoch, den 14. Februar von Cape Canaveral. SpaceX hat für die US Space Force in den Leo gestartet. Ich hatte letzte Woche gesagt, die Nutzlast sei geheim. Das stimmt nur teilweise. Gestartet wurde unter anderem Sensorik zur Frühwarnung vor Raketen mittels Infrarot. Diese Technologie soll das Erkennen und Verfolgen von Raketen für jegliche Reichweite, das Aufspüren und Verfolgen von Hyperschall-Gleitflugkörpern, sowie die Detektion und Verfolgung von Satelliten-Staats, deren Manöver und Wiedereintritten ermöglichen. Apropos Waffen im All, da gab es diese Woche eine unerfreuliche Nachricht. Laut US-Verteidigungskreisen soll Russland das Stationieren von atomaren Antisatellitenwaffen im All planen. Vielleicht passend zur Münchner Sicherheitskonferenz natürlich eine willkommene Nachricht, um den NATO-Partnern Beine zu machen. Der aktuell gültige und auch von der Sowjetunion damals unterschriebener Weltraumvertrag, der verbietet ja Kernwaffen im Weltraum. Hoffen wir, dass das so bleibt. Da wären wir beim Thema Russland. Roskosmos hat am Donnerstag, den 15. Februar, von Baikonur einen Progressversorgungsfracht zur ISS geschickt. Da gab es ganz coole Aufnahmen von der Stufentrennung der Soyuz-Rakete. Auch am Donnerstag, 15. Februar, hat SpaceX vom PET-39E im Kennedy Space Center den Nova-Sea-Mondländer mit dem Namen Odysseus gestartet. Es gab sehr vorbildliche Missionsupdates von Intuitive Machines. Daraus zitiere ich mal. Die IM1-Mission des Nova-Sea-Klasse-Mondländers befindet sich weiterhin in ausgezeichnetem Zustand. Nach der Separation von der Oberstufe hat das Raumfahrzeug automatisch alle Sensoren und Funkgeräte aktiviert. Bei der Inbetriebnahme des Navigationssystems gab es aber ein Problem mit dem Star-Tracker. Am Mond, da gibt es ja kein GPS. Da muss die Sonde unter anderem anhand der Sterne ihre Ausrichtung bestimmen. Im Prinzip wie die Seefahrer der Antike. Odysseus ist da ein ganz passender Name. Ja, mit einem Patch, der die Datenverarbeitung der Sensordaten änderte, konnte das Problem behoben werden. Nachdem die Navigation und daraufhin auch die Energieversorgung durch die Solarpaneele funktioniert haben, konnte mit der Inbetriebnahme des Haupttriebwerks begonnen werden. Mittlerweile hat Intuitive Machines erfolgreich das erste Flüssig-Methan- und Flüssig-Sauerstoff-Triebwerk im Weltraum gezündet. Diese Triebwerkszündung umfasste eine Vollschub-Hauptstufenverbrennung und ein Drosselprofil, das für eine Landung auf dem Mond notwendig ist. Stand Samstag Nachmittag, 17. Februar, ist die IM1-Mission des Odysseus-Mondländers weiter in ausgezeichnetem Gesundheitszustand, ja in einer stabilen Orientierung und bleibt damit im Zeitplan für eine Mondlandung am 22. Februar. Der nächste kritische Punkt ist aber erst einmal das Verlassen des hoch elliptischen Orbits und danach das Einschwenken in die Mondumlaufbahn, dann abgesenkt auf 100 Kilometer Höhe. Totales Bauchgefühl, aber ich glaube, die werden es als erste mit einer kommerziellen Mondlandung schaffen. Hoffentlich dann auch tolle Bilder der Eagle Cam, die ja während des Landens ausgestoßen wird und die Landung dann von der Seite filmen soll. Mit der ersten Kryogen-Landung auf einem anderen Himmelskörper wäre das ja wegweisend für das Artemis-Programm der NASA. Sowohl Blue Origin als auch SpaceX setzen ja bei ihren Landensystemen auf kryogene Treibstoffe. Neben energetischen Vorteilen könnten die ja zukünftig auf dem Mond hergestellt werden. Apropos Mond, Griechenland und Uruguay sind dem NASA Artemis-Programm beigetreten, das nun von 36 Ländern unterzeichnet wurde. Auch am Donnerstag, 15. Februar, SpaceX dann von Vandenberg noch eine Ladung Starlink-Internet-Satelliten nachgedrückt. Es war der 300. Flug einer Falcon 9 und der dritte Flug einer Falcon 9 in unter 24 Stunden. Ein absoluter Rekord für Orbitalraketenstarts eines einzigen Raketentyps. Theoretisch war es auch die 200. erfolgreiche Landung am Stück, wenn man das nachträgliche Verunglücken von Booster 1058 nicht mitzählt. Was meinst du denn? Zählt die Landung von B1058 noch mit dazu oder sollte SpaceX den Zähler zurückstellen? Schreibt mir gerne unter dem Video. Am Samstagmorgen, 17. Februar, hat Mitsubishi Heavy Industries die neue japanische Trägerrakete H3 gestartet. Nach dem Fehlstart beim Erstflug letztes Jahr, hat ja einen Millionenschaden durch die verlorene Nutzlast verursacht, wurden diesmal nur zwei Kleinstsatelliten gestartet. Der Hauptzweck dieser Mission war aber nur die Verifizierung der Leistung der H3-Rakete mittels Massensimulator. Dem Jubel in Mission Control nach zu urteilen, ist die Mission offenbar wie geplant verlaufen. Wichtig auch für Deutschland, der Rover Idafix, eine Kooperation der französischen CNES und der deutschen Raumfahrtagentur im DLR, soll ja bei der japanischen Mars-Mond-Lande-Mission MMX auf einer H3 mitfliegen. Die Pressekonferenz, die war schon aber bisher leider alles auf Japanisch. Ich gebe euch nächste Woche eine Zusammenfassung der wichtigsten Statements. Den Wochenabschluss hat die indische ISO auch am Samstag, 17. Februar, mit einem Wetterbeobachtungssatelliten gemacht. Insa 3DS wurde mit einer GSLV Mark II gestartet. Wo wir beim Thema Indien sind, das habe ich jetzt erst diese Woche mitgekriegt. Die indische ISRO arbeitet an einem Mars-Helikopter für ihre erste Mars-Landung. Der soll deutlich mehr können, als der leider gerade verunglückte NASA-Helikopter Ingenuity und dafür auch wissenschaftliche Nutzlasten tragen. Ein Startdatum, das gibt es für die Mission noch nicht. Die nächste indische Mars-Mission wird ein zweiter Mars-Orbiter sein. Von 2014 bis 2022 hatte die ISRO ja erfolgreich einen ersten Mars-Orbiter betrieben. Kurz zu Ingenuity. Der wurde jetzt von seinem großen Bruder, dem Mars-Rover Perseverance, fotografiert. Auf der Aufnahme kann man sehr wahrscheinlich eines der abgerissenen Rotorblätter einige Meter vor Ingenuity erkennen. Bemerkenswert, dass er trotzdem aufrecht gelandet ist. Und eine ganz süße Geschichte. Das Ingenuity-Team hat den letzten Landeplatz von Ingenuity, die Hügel von Valinor, genannt. Angelehnt an das Land der Unsterblichen aus Tolkiens Sagenwelt. Ich war dort, Gandalf. Ich war dort vor 3000 Jahren. Nicht ganz so lang vor 5 Jahren. Könnt ihr das glauben. Ich mache Senkrechtstarter bald ganze 5 Jahre. Das werden wir definitiv dieses Jahr mit einer großen Party feiern. Ja, und die Tickets, die werden natürlich zuerst an die Schutzengel gehen. Ohne euch, da wird es Senkrechtstarter nicht mehr geben. Ihr habt den Kanal durch die wichtigen ersten Jahre getragen und somit Sicherheit mitgeholfen, die deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Vielen, vielen Dank dafür. Als Zeichen unserer Wertschätzung erhalten die Schutzengel ja alle Videos exklusiv vorab und frei von Werbung. Wenn du auch dazu beitragen möchtest, die Faszination für Raumfahrt im deutschsprachigen Raum zu verbreiten, genau, da findest du unter diesem Video einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Ja, möchtest du Senkrechtstarter weiter unterstützen? Es mag klischeehaft klingen, aber durch Liken, Abonnieren und Kommentieren signalisierst du dem YouTube-Algorithmus, dass meine Inhalte relevant sind, was wiederum die Sichtbarkeit meiner Videos verbessert. Apropos Sichtbarkeit. Blue Origin hat das erste Mal die New Glenn auf das Startpad gestellt. Oder zumindest einen nicht flugfähigen Demonstrator der ersten Stufe. Laut dem Amazon und Blue Origin-Gründer Jeff Bezos soll die erste Orbitalrakete dieses Jahres zu ihrem Jungfernflug aufbrechen. Die 98 Meter hohe Rakete nutzt Methan und Sauerstoff in der wiederverwendbaren ersten Stufe, sowie Wasserstoff und Sauerstoff in der Wegwerf-Oberstufe. Die Rakete soll 45 Tonnen in den Leo bringen können, also schon ein ganz schönes Ding. Heil hochbringen die eine Sache, Heil wieder runterbringen die andere. Die erste vollständig kommerzielle Mission einer Weltraumproduktion darf zur Erde zurückkehren. Ich hatte letztes Jahr darüber berichtet, dass die Vardar W1-Kapsel keine Landeerlaubnis von der amerikanischen Flugaufsichtsbehörde FEE erhalten hatte. Ganz nach dem Motto, erst starten und dann um Erlaubnis fragen, hatte das amerikanische Unternehmen Vardar seine Demo-Mission mit Transporter 8 in den Orbit geschossen. Im Orbit gehalten wird die W1-Wiedereintrittskapsel von einer modifizierten Rocket Lab Photon-Sonde. Beide sollen am 21. Februar jetzt in die Erdatmosphäre eintauchen, wobei die W1-Kapsel im besten Fall den Wiedereintritt überlebt und an einem Fallschirm in der Wüste von Utah landen wird. Produktion um all, das wird mit Sicherheit in den kommenden Jahren ein riesiges Thema. Er ist heil hoch und zum Glück auch heil wieder runtergekommen. Matthias Maurer war bei Maischberger diese Woche im Interview und hat sich für einen aktiven ESA-Astronauten, wie ich finde, überraschend kritisch über die europäische Raumfahrt oder deren Zukunft geäußert. Das verlinke ich euch unter dem Video. Die Starts der kommenden Woche im Schnelldurchgang am 18. Februar möchte Rocket Lab von der Mahia-Halbinsel in Neuseeland zum 44. Mal seine Elektron-Rakete starten. An Bord befindet sich ein Satellit der japanischen Firma Astroscale mit dem Namen Adras J. Das steht für Active Debris Removal by Astroscale Japan. Und wenn alles glatt läuft, wird dieser Satellit ein Rendezvous mit einer 2009 ausgebrannten H2-Oberstufe durchführen. Am 20. Februar soll von Vandenberg eine weitere Ladung Starlink-Internet-Satelliten starten. Auch am 20. Februar auch eine Folge 9, aber nicht Starlink. An Bord befindet sich der Kommunikations-Satellit HTS-113BT. Und reingerutscht, Freitag, 23. Februar, ein langer Marsch 5B-Start. Genau die aktuell größte chinesische Rakete, deren Oberstufe unkontrolliert zur Erde kommt. Da so kurzfristig reingerutscht, vermutlich was dickes Militärisches für den Geo, aber das nur reine Spekulation von mir. Ja und den Wochenabschluss, den macht am 24. Februar vermutlich SpaceX mit Starlinks von Cape Canaveral. Ja und das war's tatsächlich schon wieder von mir. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen und freu dich auf nächste Woche. Die Themen werden uns definitiv nicht ausgehen. Hashtag Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrig bleiben. Dein Mau.